Speed teilen bei. Kann man einstellen zwischen 10 und 24 kmh, wobei ab 23 kmh ein Achtung dasteht. Es ist so, dass ab der Geschwindigkeit, die eingestellt ist, die Geschwindigkeit geteilt wird. Das heißt, fahre ich schneller als 10 kmh, dann wird die Geschwindigkeit ab da geteilt. Und das Achtung kommt davon, dass, wenn Sie jetzt zum Beispiel 23 kmh einstellen, dass dann manchmal die Teilung zu schlagartig passiert und dass manchmal die Motoren das merken. Das heißt, ich empfehle Ihnen, Speed teilen bei auf 18 kmh zu lassen. Falls Sie Probleme haben, insbesondere mit der D2-Schaltung oder Sie erreichen die maximale Geschwindigkeit nicht, die Sie haben wollen, dann können Sie hier den Wert runtersetzen.